Welche Vorteile hat das Stadtleben hier in Berlin? Also ich liebe in der Großstadt zu leben, beziehungsweise in der Hauptstadt. Die Vielfalt an Möglichkeiten, an Kontakten, an Aktivitäten, die man vollziehen kann, das ist so das, was mir als erstes einfällt. Ja, die kulturelle Anbindung und hier am Berlin ist es eben die Möglichkeit, man kann noch dem Lärm ausweichen. Berlin hat sehr viel Grün und die Infrastruktur. Ja, für uns, also meine Frau und mich, vor allen Dingen eben das Kulturelle. Der kulturelle Aspekt ist dermaßen überwältigend und anziehend. Bessere Vernetztheit und großer öffentlicher Nahverkehr. Na, zum Beispiel, einer dieser Vorteile ist, dass man sonntags den Vormittag hier an so einem schönen Ort verbringen kann und mit so einer anregenden und interessanten Veranstaltung. Das ist natürlich schon mal ganz wichtig. Die Infrastruktur und das kulturelle Angebot und die Möglichkeiten für Ausbildung und Lernen sozusagen. Und der Grund für Sie aufs Land zu ziehen, wäre welcher? Ja, Landwirtschaft zu betrauen und die Natur zu genießen vor allen Dingen. Dicht dran zu sein an der Natur. Das ist ganz wichtig. Die Gründe für mich aufs Land zu ziehen, ist natürlich der Kontakt zur Natur, der dort möglich ist. Ja, also das ist ja auf jeden Fall mehr diesen Grund für mich aufs Land zu beziehen zu wollen, ja. Wahrscheinlich eine bessere Natur und größere Natürlichkeit. Wäre vielleicht so etwas wie Rückkehr zu etwas ursprünglicheren, natürlicheren Lebensweisen, also gesündere Umwelt und vielleicht auch ein bisschen mehr durchaus auch wieder zu sich selbst kommen. Ja, den Lärm zu entfallen und das Leben zu entschleunigen. Und ansonsten bin ich mit dem Land auch verbunden, weil ich von dort her komme, da geboren bin. Und insofern finde ich sowieso, dass es immer ein Spagat ist, frische Stadt und Land. Also beinahe jeder hat sowohl als auch zu tun und fühlt sich hier wohl und dort wohl. Also das ist meine Ansicht dazu. Vielen Dank.